Willkommen zurück, ich bin Armin Witschek. Heute geht es um das Thema Finanzen. Und ich werde mit euch ein paar Szenarien durchrechnen wegen Festplatten und Chia. Das haben bestimmt die meisten nicht gemacht und ich werde vielleicht den einen oder anderen die Augen öffnen. Ich habe ja immer gesagt, kauft große Festplatten. Aber manche Leute haben auch 8 Terabyte und kleiner gekauft, wo ich sage, es tut mir in der Seele weh. Ich werde euch mal durchrechnen das Ganze. Vorweg, ich bin ja vor ein paar Tagen in Space Bowl eingetreten und glücklicherweise die Plots, die ich erstellt habe im Space Bowl, also hier ist der Space Bowl, der zahlt jetzt alle 12 Stunden schon die Money aus an euch. Das ist eigentlich sehr schön. Und die Plots, die ich damals erstellt habe, in dem Video, also hier oben beim Ausrufezeichen, könnt ihr euch das mal anschauen, sind alle gültig gewesen. Ich habe keine Verluste gehabt und ich habe jetzt 308 Plots. Plotte jeden Tag weiter. Und ja, ich bin eigentlich zufrieden an der Stelle mit dem Pool. Das Einzige, was mich stört noch, und da können wir uns mal anschauen, meiner hier unten, seht ihr, da hat mein Internetprovider gemeint, er meint, er muss irgendwas an seiner Internetleitung machen. Merkt man gleich, das ist gleich Geldverlust, aber nicht so viel noch. Aber wenn man dann größere Farben hat, da muss man sich jetzt überlegen, ob das Sinn macht, da eine abgesicherte Leitung zu haben. Was mich noch stört, ist die Payouts. Und zwar, ihr seht es, ich kriege hier 0,0019 und 0,0008 und 0,00. Ja, also ich will irgendwann auf 0,1 oder 0,2 Chia umswitchen, wenn das möglich ist. Aber ich kann es noch irgendwo nicht einstellen. Ist ein bisschen blöd. Muss ich noch irgendwie gucken, wie das geht. Weil das da hier ist etwas unnötig. Viel zu klein zahlen, meines Erachtens. Okay, aber kommen wir jetzt mal zu meiner Berechnung, die ich euch zeigen möchte. Und zwar habe ich hier mir vier Festplande ausgesucht. Einfach alle von Seagate, wieso? Weil die am günstigsten waren. Ich kann sie euch mal zeigen. Und den Link tue ich euch unten rein in die Infobox. 8 TB, die 10 TB habe ich weggelassen. Amazon Choice, komischerweise. Die ist Amazon Choice, das würde ich machen. Weil die kostet nämlich, ihr seht es, weniger und 2 TB mehr. Also deswegen habe ich die 10 TB weggelassen. 14 TB und die 16 TB. Und dann kommen wir mal zur Berechnung. Ja, so finanziell. Wie viel bringt mir das Ganze ein und was kostet mich das und, und, und. Plotanzahl habe ich mir einfach frech wie ich bin von meiner eigenen Homepage genommen. Ich habe ja eine Homepage greendickers.de. Da erstelle ich Plots für euch, wenn ihr wollt. Und hier an der Stelle könnt ihr euch mal anschauen, die Preise. Und aktuell können wir schon Portable Plots anbieten. Obwohl es, ja, das muss ich jetzt heute Abend nochmal ändern. Obwohl es hier dran steht, wir nehmen keine Vorbestellung und Portable Plots gehen nicht. Auf jeden Fall, hier nehme ich mir einfach die Größen, wie viele Plots auf welche Festplatte drauf kommen. Ja, und habe mir das Ganze mal durchkalkuliert. Dann habe ich, dann habe ich mir den Strom mal durchgerechnet. Und zwar habe ich so einen Powermeter genommen, wie das da hier. Habe es 24 Stunden dran gelassen. Habe abgelesen, so und so viele Kilowattstunden hat das Teil gefressen, ja, meine Festplatte. Das ist nur ein grober Anheizwert. Reicht aber aus, dass man sagen kann, so roundabout habe ich. Und ich habe ein bisschen was draufgeschlagen, ja. Das heißt, dann habe ich mir die Stromkosten pro Jahr ausgerechnet. Also Kilowattstunden am Tag mal 365 mal den Strompreis. Und ich bin 0,30, also 30 Cent pro Kilowattstunde. Dann bin ich zu den Stromkosten pro Plot. Ja, bei der 16 Terabyte ist ja klar, da muss man mehr Plots erstellen, wie bei der 8 Terabyte. Und bei der 16 Terabyte Festplatte kostet mich das, ich kann es euch mal zeigen. Ich habe ausgerechnet, ein Plot erstellen kostet 0,15 Kilowattstunden. Wie habe ich das gemacht? Mein PC frisst 300 Watt durchgehend pro Stunde. Er kann zwei Plots pro Stunde erzeugen. Das heißt, 0,15 Kilowattstunden verbraucht er für einen Plot. Und dementsprechend sage ich mal den Strompreis mal Anzahl der Plots ist hier der Strompreis, die mich die Plots erstellen kosten. Dann habe ich mal die Gesamtkosten für ein Jahr errechnet mit natürlich der Festplatte und natürlich die Gesamtkosten für fünf Jahre. Ja, was noch fehlt, ist Verschleiß. Und der Verschleiß ist hier an der Stelle 66 Euro bei der 16 Terabyte Festplatte. Das heißt, für die SSD ist ein Verschleiß von 66 Euro fällig, wenn die vollgeschrieben ist. Klingt erstmal nach viel. Und woher kommt es? Ganz einfach. Durchschnittlich geht man davon aus, dass 1,8 Terabyte pro Plot erstellt, also Daten geschrieben werden auf eine SSD. Die SSD hat 1,2 Terabyte, 1200 Terabyte Written, was sie aushält. Und ich sage mal jetzt mal die Cochette 300 Euro. Das sind jetzt einfach Annahmen. Ich kann hier auch mit den Zahlen jonglieren, wie ihr wollt. Wenn ihr den Mad Max Plotter benutzt und ihr habt auf dem Mad Max Plotter eine RAM-Disk, dann könnt ihr den Faktor statt 1,8 0,45 verwenden, weil ihr nur ein Viertel von der Schreibleistung habt. Und dann kriege ich raus, 45 Cent pro Plot mal die Anzahl der Plots ist das Geld, was ich brauche. Und das ist dann natürlich mein Verschleiß. Also im ersten Jahr und im fünften Jahr ist nur noch die Stromkosten, weil da kommt ja der Verschleiß von den Plots nicht mehr dazu, die sind ja schon drauf. Okay, also nach fünf Jahren, ihr seht das, ist die teuerste Festplatte die 16 Terabyte und die günstigste Festplatte ist die 8 Terabyte. Ja, wer hätte es gedacht? Der Preis pro Terabyte ist bei der 12 Terabyte am geringsten, bei der 8 Terabyte an der Stelle, weil die so teuer war, ist am teuersten. Natürlich, wenn der Preis hier 150 ist, ändert sich alles in der Berechnung, aber im Prinzip, ich nehme jetzt einfach die Zahlen, die ich jetzt einfach habe, weil von den anderen Festplatten habe ich jetzt keine Strommessung. Da habe ich damals die Western Digital, habe ich ja alle hier zerlegt, da ist keine Festplatte mehr drin, ihr hört es glaube ich, da habe ich alle zerlegt, da habe ich auch ein Video dazu gedreht, wie man die Festplatten raus holt und ich würde sie euch empfehlen rauszuholen und zu kühlen. Verliert ihr natürlich die Garantie dazu, das muss man halt wissen. Okay, und dann kommen wir zu meinem Planbeispiel. Ich sage, der Chia-Preis bleibt bei 279 Dollar und dann habe ich alles in Euro umgerechnet und das sind meine Annahmen vom Chia-Kalkulator. Falls ihr den nicht kennt, ich würde euch empfehlen, euch dringend damit auseinanderzusetzen, weil das geht um euer Geld, ob ihr sehr viel Verlust macht oder wenig Verlust. Hier auf Advanced Modus stellt euch die Anzahl der Plots an, stellt euch die Laufzeit ein, in der ihr das Ganze haben wollt, zum Beispiel ein Jahr oder was auch immer. Nehmen wir mal an, 110 Plots habt ihr. Und dann habe ich hier die Netzwerk-Row-Rate von 5% angenommen und das ist sozusagen das Ergebnis. Ja, 235 Euro im ersten Jahr. Ihr seht, die Netzwerk-Space hier ist eine andere wie da, liegt einfach daran. Ja, es hat sich verändert vor ein paar Tagen. Okay, aber dass ihr nur einfach so ein bisschen einen Anhaltspunkt habt, das sind meine Werte, die ich verwendet habe. So, und dann bin ich hergegangen und habe gesagt, okay, was ist mit der 110 Plot-Festplatte, also die 12 Terabyte, die 14 Terabyte, die 16 Terabyte und dann die 8 Terabyte. Wie viel im ersten Jahr ist es an sich ein Gewinneinnahmen, das habe ich einfach hier abgelesen, habe es hier eingetragen und wie viel errechneter Umsatz habe ich dann mit den Festplatten. An sich, ich habe hier ein Minus stehen, liegt einfach daran, ich verliere halt Geld, ja. Also ich habe minus 123 Euro im ersten Jahr Umsatz. Das heißt, wenn ihr im ersten Jahr eure Chias verkauft und die Preise bleiben so, wie sie sind und ihr hört mit dem Mining auf, habt ihr pro Festplatte 12 Terabyte, 123 Euro Verlust, ja. Muss jeder selber entscheiden, ob sich das lohnt oder nicht, ja. Nur, dass man es ungefähr weiß. Nach fünf Jahren sind es 319 Euro Gewinn von einer Festplatte, ja. Ich schreibe hier noch Umsatz, weil es kommen noch andere Ausgaben dazu, deswegen, dass man es einfach nur wisst. Bei der anderen Festplatte habe ich es durchgerechnet, genauso. Ihr seht, bei der 8 Terabyte Festplatte ist der geringste Gewinn, ja. Und der Verlust zwischen der 8 und der 12 Terabyte Festplatte schenkt sich schon fast gar nicht mehr, ja. Also im Prinzip im ersten Jahr, nach dem ersten Jahr, hat die 12 Terabyte schon eigentlich die 8 Terabyte überholt, ja. Also im Prinzip ist die schon abgeschlagen. So, dann bin ich hergegangen, habe mal ein Planbeispiel gemacht und gesagt, okay, nehmen wir mal an, der Chia-Preis ist nicht bei 234 Dollar, wenn wir es verkaufen, sondern steigt auf 1500 Euro. Kann passieren und wir haben das auch schon erlebt, ja. Also wenn wir mal schauen, Chia-Coin-Preis und wo der Chia gestartet ist, hatten wir 1300 Euro, ja. Und das kann in ein paar Jahren wiederkommen. Ich glaube nicht, dass es jetzt so schnell wiederkommt, aber in ein paar Jahren kommt vermutlich dieser Bullrun wieder und dann, wenn ihr die Coins habt und wenn ihr das durchgehalten habt, dann habt ihr pro Festplatte diese Gewinne, vielleicht. Das sind fiktive Werte, ja. Das ist nur meine Annahme. So, und dann kommen noch ein paar Sachen, die die Leute ein bisschen vernachlässigen. Und zwar, ihr habt einen Plotter gekauft. Ihr habt einen Farming-PC. Das Ganze kostet Strom, ja. Also der Plotter, die Plottingkosten vom Strom sind schon hier oben mitberechnet, aber wenn ihr farmt, dann kostet diese PC euch Strom und dieser Strom muss bezahlt werden. Und ich bin da angegangen von 2 Kilowattstunden am Tag pro Farming-PC. Wenn ihr kleinere PCs habt, wo zum Beispiel nur 50 Kilowatt pro Stunde verbrauchen, dann könnt ihr den Wert hier halbieren auf 1000 Kilowattstunden am Tag. Jetzt bin ich hergegangen, was kostet mich das dann an Stromkosten am Tag, was kostet es mich im Jahr, was kostet es mich in 5 Jahren. In 5 Jahren kostet mich ein PC mit 2 Kilowattstunden Verbrauch einer 1.068 Euro. Ja. Es gibt Leute, die haben nicht so wie ich einen Farming-PC, sondern sich gleich drei oder vier geholt, ja. Und die verteilen das System gleichmäßig. Das habe ich auch gemacht, wo der Chia-Preis bei 1300 Dollar war. Aber je mehr er fällt, desto höher muss man schauen, was euch auffrisst, ist der Strom, ja. Ihr seht mal meine Farm. Und meine Farm hat 1050 Plots, ja, weil ich ein paar gelöscht habe, weil ich jetzt für Poolplots Platz mache, ja. Und das heißt, auf einem PC laufen 3050 Plots, Entschuldigung, ja. Und wenn ihr das Ganze verteilt auf drei PCs, habt ihr 6 Kilowattstunden. Das heißt, ihr habt aber dann 3000 Euro Ausgaben an Strom, statt wie ich oder wie jemand anders, der nur einen PC laufen hat, wo 1000 ausgibt, ja. Das heißt, ihr habt über fünf Jahre 2000 Euro mehr ausgegeben für das Gleiche, was jemand anders hat, ja. Und deswegen an der Stelle meine Empfehlung, fangt jetzt an, die Systeme ein bisschen zu optimieren, ja. Der Preis ist nicht mehr so hoch, der ist nicht mehr bei 1300 Dollar oder 1100 Euro, sondern der ist schon viel, viel niedriger. Dass man ein bisschen schauen und rechnen muss, ja. Denn das müsst ihr bezahlen. Dann ist es so, man hat natürlich Hardwareausgaben. Und ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ihr Hardwareausgaben von 3500 Euro habt für euer Plotting- und Farming-PC. Jetzt gehen wir mal einfach an, ihr habt eine Festplatte. Und dann sage ich, okay, wie viele sind die Hardwarekosten in einem Jahr, fünf Jahren. Ich bin jetzt eigentlich nur, habe einfach nur von einer Festplatte da oben, der 12 Terabyte ist mal ausgegriffen. Und auch die PC-Kosten, ja, im ersten oder im fünften Jahr. Aber das ist eigentlich so, nur einfach so ein Ding, wo eigentlich uninteressant. Interessant wird es hier, das da hier. Und zwar mein errechneter Gewinn oder Verlust. Ja, ich schreibe jetzt hier Gewinn. Gewinn im ersten Jahr mit einer Festplatte. Bei dieser Konfiguration, wenn ihr einen PC habt, der 100 Watt verbraucht, und eine Festplatte habt, ihr habt eine 8 Terabyte Festplatte, Verlust von 4000 Euro fast. Ja, klar, das ist heftig. Dann geht es weiter, auch 4000, auch 4000, auch 4000. Also fast alle liegen um 4000 rum. So, jetzt machen wir hier mal, die Anzahl erhöhen wir mal auf 8. Ja. Es wird nicht besser. Ja, im ersten Jahr kommt ihr nicht auf den grünen Zweig. Das funktioniert nicht. Jetzt schauen wir uns mal nach fünf Jahren an. Denn das muss jetzt also jedem klar sein, okay, im ersten Jahr bei dem Chia-Preis von 234 Dollar, der aktuell Euro, der vorherrscht, komme ich nicht auf den grünen Zweig im ersten Jahr. Das heißt, ihr dürft eigentlich nicht die Chias verkaufen. Wenn ihr sie jetzt verkauft, verkauft ihr sie zu, habt ihr diesen Verlust zu erleiden. Ja, was eigentlich fatal wäre. Also müsst ihr sie halten. Halten mindestens über fünf Jahre. So. Ihr könnt natürlich sie jetzt auch verkaufen, verkaufen, verkaufen. Dann, über fünf Jahre hinweg, wäre das euer Gewinn. 371 Euro. Bei zehn Festplatten, und wir reden von den 16 Terabyte Festplatten, sind die ersten, die in den Gewinnzone kommen. Die 8 Terabyte Festplatten haben immer noch 2000 Euro Minus. Wie viele brauchen wir dann für Festplatten? Wenn ich hier auf 16 gehe, reicht nicht. 25. Ja, ab 25 Festplatten, 8 Terabyte. Bei aktuellem Preis würdet ihr dann auf 62 Euro Gewinn kommen. Da seht ihr aber schon die 16 Terabyte Festplatten, da habt ihr schon 6000 Euro Gewinn. Ja, und hier, schaut euch bitte das an. Das ist nämlich wichtig. Nach fünf Jahren hinweg sind eure Ausgaben mit Festplatten, mit Stromkosten, mit Hardwarekosten, mit Stromkosten für die Hardware, für die Plotting- und Farming-PCs. Ja. Insgesamt 19.000 Euro bei 6000 Euro Gewinn. Hier 14.000 Euro Ausgaben bei 60 Euro Gewinn. Und ich hoffe, jedem ist jetzt sofort klart geworden, kauft keine kleinen Festplatten. Ja, denn vielleicht habe ich mich verrechnet. Aber nein, es ist einfach nur das Problem, dass so wenig Platz darauf passen. Jede Festplatte verbraucht ihren Strom und das rentiert sich einfach nicht. Ja. Und deswegen an der Stelle geht auf die großen Platten. Und natürlich müssen die irgendwo finanziell im Rahmen sein. Ja. Aber alles, was über 380 Euro drüber ist und ihr habt eine 16 Terabyte Festplatte, lohnt sich nicht. Ich sage mal so, das ist vielleicht so der Preis. Hier würde ich eher auf einen Preis von 150 Euro anfehlen. Dann könnte es vielleicht noch in die grüne Zone irgendwo kommen. Aber ich kann nur die Preise nehmen, die aktuell vorherrschen. So. Also ich glaube, jedem ist jetzt klar geworden, das ist nichts. Ja. Also mit wenig Festplatten kommt ihr nicht voran. Und wenn ihr meines Erachtens nach unter 8 Festplatten habt, ja, oder ich sage mal 6 Festplatten habt, dann müsst ihr eine ganz andere Strategie fahren. Ihr macht einfach eine Strategie, wenn ihr mit eurem PC zocken wollt, euren PC, dann zockt ihr und nebenher läuft Stier. Und wenn ihr ihn ausmacht, dann macht ihr ihn aus. Dann kann man sagen, okay, ich benutze den PC ja so oder so und dann laufen die Festplatten mit. Ja, dann sind halt, dann ist das diese 1000 Euro nochmal gespart indirekt, weil ihr den PC ja so oder so anhabt. Ja, dann müsst ihr immer eure Farms zwar anmachen und alles, aber das ist die einzige Möglichkeit, wo ihr dann, ihr seid ja im Pool und ihr könnt dann euer Geld regelmäßig erhalten. Ab 10 Festplatten kommt ihr ja mit der 16 Terabyte, das erste Mal hier, in die Gewinnzone. Ihr habt aber 10.000 Euro ausgegeben und habt 371 Euro eingenommen. Das heißt, mit 10 Festplatten ist nichts. 20. Ihr habt 16.000 Euro ausgegeben und habt 4.000 Euro eingenommen. Boah, das ist eigentlich zu wenig. 40. 28.000 Euro ausgegeben, 12.000 Euro eingenommen. Und ihr seht, ich fasse gar nicht die anderen an. Ja, die sind schlechter als das. Also fasse ich die gar nicht an von den Zahlen her. Das ist eigentlich fast noch zu wenig. Ja, das ist Hälfte. Dann haben wir mal 80. 80 Platten. 50.000 Euro eingenommen, 28.000 Euro eingenommen. Das ist ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte. Dann kann man reden, okay, wenn man in 5 Jahren 28.000 Euro einnimmt, das ist gut. Ja, und jetzt ist die Frage, 80 Festplatten, 50.000 Euro ausgegeben, das kann wahrscheinlich niemand. Und jetzt bleiben wir bei den realistischen Zahlen von 10. Denn ich glaube, 10 Festplatten müsst ihr im Minimum jetzt aktuell haben, um überhaupt einen vernünftigen Gewinn zu haben. 16 TB Festplatten. Und dann habt ihr über 5 Jahre hinweg 10.000 Euro ausgegeben. Das ist euer Risikoinvestment. Das Geld kann komplett weg sein. Natürlich habt ihr die Hardware, aber seid mir ehrlich, nach 5 Jahren Festplatten, die 5 Jahre lang liefen, die sind auch nichts mehr wert. Und das ist eine der, wenn ihr hier 300 Euro ausgibt für 380 Euro für eine Festplatte, dann sind das 3.800 Euro allein da Ausgaben. Plus eure Hardware, vielleicht kriegt ihr die Hardware noch los für einen Tausender, wenn es gut kommt, eher für einen 500er Euro, wenn es gut kommt, würde ich sagen. Also könnt ihr maximal vielleicht hier, wenn ihr eure Hardware dann verkauft, wenn ihr sagt, ihr brecht das ganze Projekt ab, nach 5 Jahren, dann kriegt ihr vielleicht hier 1.000 Euro raus. Und das ist schon echt gut geschätzt. Das seid ihr immer noch mit 9.500 Euro in der Miese, wenn das Projekt in die Wand gefahren wird, an die Wand gefahren wird. So, und jetzt, der Gewinn wäre dieser. Also sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist nichts. Ja, und jetzt schauen wir uns die unteren Zahlen an. Und die unteren Zahlen beziehen sich auf den Preis, dass der Preis wieder steigt. Dass der Chia-Preis wieder hier diesen Hype erlebt. Man sieht das ja an allen Coins, dass regelmäßig, ich gehe jetzt mal einfach auf eine Kryptoberse, gehe mal auf den Bitcoin drauf, ja. Hier ist er gestiegen, hat einen Hype gemacht, hier ist er, hat einen Hype und einen Hype gemacht. Und ich hoffe, dass er in vier Jahren wieder einen Hype macht, ja. Viele sagen, der Bitcoin wird eine Million. Kann sein, es kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Aber auf jeden Fall, wenn die Kurse jetzt die nächsten Tage fallen, wird der Chia-Preis noch weiter fallen. Was einen Vorteil hat, weil dann geht es schneller zum einen, ihr kriegt mehr Coins. Der Verlust ist aber da von 10.000 Euro. Ja, oder hier 8.000 Euro. Also ihr seht, die 8 Terabyte Festplatte oder die 16 Terabyte Festplatte, das schenkt sich nicht mehr viel, ja. Der Unterschied ist hier 2.100 Euro. Aber wenn wir jetzt sagen, nach fünf Jahren der Chia-Preis steigt wirklich auf die 1.500 Euro, was sein könnte. Ich sage es nur, das könnte. Das ist nur eine fiktive Zahl. In so einem Fall macht ihr mit euren 8 Terabyte Festplatten 22.000 Euro Einnahmen. Mit den 16 Terabyte 50.000 Euro Einnahmen. Das ist dann natürlich das schon mit inbegriffen, ja. Also das heißt, das ist euer Reingewinn. Und dann muss man sagen, okay, 50.000 Euro eingenommen in fünf Jahren, das ist okay. Ja, das kann man schon so lassen. Natürlich müsst ihr davon Steuern zahlen. Ein Teil davon könnt ihr über diese Ausgaben decken. Aber ein Großteil werdet ihr Steuern zahlen müssen. Das heißt, am Schluss kommt ihr vielleicht 25.000 Euro netto raus. Ist immer noch gut. Meines Erachtens nach. Und ihr müsst aber nur wissen, ihr habt einen gewissen technischen Aufwand. Ihr habt hier an der Stelle Hardware-Ausgaben. Ihr müsst euch immer damit beschäftigen mit dem System. Ihr müsst gucken, läuft es. Es ist nicht einfach mal ohne. Deswegen an der Stelle unter zehn Festplatten. Meine Empfehlung, also vielleicht noch neun, könnte man so sagen. Aber ab zehn Festplatten, meine persönliche Meinung, ist nichts. Ich habe ja jetzt schon 24, 26, 27, 28 Festplatten. Und ich habe viele 14 TB Festplatten und ich habe viele 16 TB Festplatten. Ich kaufe nur noch die 16 TB Festplatten. Und wenn ihr das seht, das sind 150.000 Euro. Das ist schon etwas, wo ich sage, über fünf Jahre, damit kann man leben. Aber ich habe Ausgaben von 22.000 Euro fast. Und das ist etwas, das ist mein Risikoinvestment, dass ich bereit bin einzugehen. Und das kann ich auch stemmen. Ich muss keinen Kredit aufnehmen und ähnliches. Und das ist ganz wichtig an euch, die Ansage. Nehmt keine Kredite für sowas auf. Das hier ist etwas, eine Spielerei, ein Risikoinvestment und seid euch im Klaren über die Zahlen. Ich gebe das Excel-Sheet hier nicht frei. Aus folgenden Grund, macht euch selber Gedanken. Macht euch einfach selber Gedanken und rechnet euch selber nach. Weil sobald man sich selber das überlegen muss, ist man sich klar geworden, okay, das und das ist so verknüpft, ist klar und da kostet es mich mehr und wo kann ich Geld einsparen. Und vielleicht habt ihr auch Ideen, was noch fehlt hier in dieser Tabelle. Und da könnte einiges noch fehlen, weil da könnte man noch hergehen und die Wirtschaftlichkeit vom Finanzamt mit einziehen und, und, und. Das will ich hier gar nicht machen, das würde den Rahmen sprengen. Aber ich hoffe, euch ist klar geworden, zu klein, ja, acht Festplatten, da macht ihr einen Verlust von 445 Euro und eure Ausgaben sind 9500 Euro. Und nur, nur, wenn ihr wirklich, wirklich an der Stelle, der Preis so steigt und ihr haltet alle Coins, ihr verkauft keinen einzigen über fünf Jahre und wenn der Preis irgendwann 1500 Euro ist, dann verkauft ihr, dann kann der Gewinn so hoch sein, ja. Und das ist meine Strategie, das hatte ich euch auch schon gesagt vor ein paar Videos und ich hatte euch immer gesagt, kauft die Hardware so, dass ihr sie wiederverwendet kauft und kauft große Festplatten. So, und deswegen, das Ding hier, ja, kann ich sagen, das ist rot, das ist Schwachsinn, das, das Ding hier, ja, wenn man sich das mal anschaut, ähm, der Unterschied zwischen der Festplatte und der Festplatte oder der und der sind über, über fünf Jahre hinweg bei acht Festplatten. Das sind ja knapp 1200 Euro, aber im Fall eines Gewinns sind es 10.000 Euro, ja, mehr als 10.000 Euro. Das heißt, eigentlich sieht es so aus. Es gibt nur eine Platte, größer ist besser, ja. Und, ähm, leider sind 18 Terabyte Festplatten extrem exorbitant teuer, die fangen dann schon bei 500 Euro an, wo ich sage, das ist schon übermäßig teuer, ja. Ja, äh, das lohnt sich dann wirklich nicht mehr und ist auch nicht mehr wirtschaftlich. Ihr müsst auch rechnen, diese ganze Berechnung beruht darauf, dass man hier an der Stelle nichts kaputt geht, ja, nichts über fünf Jahre hinweg kaputt geht. Ja, weil ihr habt ja auch nach zwei Jahren keine Garantie mehr. Und, ähm, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen so ein bisschen die Augen öffnen, ja, nicht, dass ihr euch da wirklich verrennt, weil ich kenne Leute, die rechnen mit vier Terabyte Festplatten, wo ich mir denke, so, boah. Oder haben ein Farming-System aufgebaut mit drei Rechner und haben 300 Terabyte, also 3000 Plots, weniger als ich, und haben das auf drei Rechner aufgeteilt. Das habe ich auch gemacht, eine Zeit lang, aber jetzt ist nicht mehr die Zeit fürs Aufteilen, weil das Problem ist, die Zeit ist vorbei. Ja, das Aufteilen hätte man machen können, wo der Coinpreis, der Chia-Coinpreis, den hier gemacht hat oder hier oben war bei 700, 800 Euro. Da war es okay, weil da war der Chia-Coinpreis und das ist alles egal. Da war es nur Hauptsache wichtig, man war schnell fertig und das System, wenn ein System ausfiel, das war blöd, weil das Netzwerk war noch klein und man hat geguckt, okay, wenn ein Knoten ausfällt, dann ist es nicht so relevant, aber Hauptsache, es läuft ein anderer Teil. Ab jetzt ist es so, jetzt sind wir auf einer Stufe, wenn ich im Pool bin, dann ist mir das egal, wenn ich einen Tag offline bin. Weil einen Tag offline heißt es notfalls fünf Euro Verlust, zehn Euro Verlust, ja, vom Pool her. An Chias und das kann ich verkraften, aber den Strompreis auf die Dauer, ich habe ja nicht jeden Tag einen Ausfall meiner Hardware, aber der Stromverbrauch aufs ganze Jahr hinweg sind 1000 Euro für einen PC und wenn ihr drei PCs habt, sind es 3000 Euro. Und deswegen, wenn ihr mit dem Plotter fertig seid, fahrt auch eure Plotting-Aktivitäten runter, vielleicht überlegt ihr euch auch die Plotter zu verkaufen, das ist auch eine interessante Strategie, dann kann man das Geld wieder für Festplatten ausgeben, ja, weil ihr kriegt ja nicht mehr so schnell voll. Als Beispiel ich, ich habe 10 Terabyte Plotting-Speed und mehr. So, jetzt muss ich mal überlegen, wenn ich 10 Terabyte plotte, dann kann ich mir ja fast jeden Tag eine 16 Terabyte Festplatte kaufen. Ja, und ich kann euch sagen, irgendwann sagt Amazon, ja, wenn ich jetzt nochmal versuchen würde, eine Festplatte zu kaufen, können wir ja mal kurz machen. Die sagen, nee, nee, dir verkaufen wir keine Festplatte, du kaufst nämlich zu viele von denen. So, warte kurz mal, wir können das ja mal machen, Spaß ist, ich habe es so angeklickt. Kauft es ein. So, in den Einkaufswagen, zur Kasse gehen, die werden mich gleich wieder lünchten. Schickt es an meine Adresse, ja, an diese Adresse schicken. Ja, es gab Probleme mit Ihrer Bestellung, wir geben Ihnen das nicht her, ja. Ich muss da immer ein paar Tage warten und das ist halt blöd, aber es ist halt so, ja, bis ich wieder ein Festplatt bestellen kann. Und hier an der Stelle, ja, ihr müsst dann auch irgendwo die Shops tauschen und gucken, wo ihr die Festplatten herbekommen habt. Ja, und damit schließe ich für heute ab. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Kommentare. Ich, wie gesagt, ich tue die Excel-Pfeile nicht hochladen, weil ich denke, das muss sich jeder so ein bisschen selber Gedanken darüber machen. Schreibt euch selber auf, rechnet euch selber durch. Das ist der Aufwand, den ihr eigentlich schon treiben solltet als Miner. Mining oder Farming ist gewerbepflichtig, ja, und das solltet ihr auch so gemacht haben. Und damit bedanke ich mich. Schreibt mir, wie gesagt, eure Kommentare. Lasst mir einen Daumen hoch da und natürlich ein Abo, falls ihr mich nicht kennt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Armin Willjack und schalte wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.